Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing Video von mir. Die Mainz Box ist wieder bei mir eingetroffen und ich freue mich riesig, dass wir die jetzt zusammen auspacken können. Ihr wisst, die Mainz Box, ich hatte es schon beim letzten Mal erzählt, ist eine Box, die alle zwei Monate erscheint und ganz speziell für uns ältere Damen gedacht ist. Entschuldigt bitte, das ist jetzt schon der siebte Anlauf, den ich mache. Keine Ahnung warum, heute ist irgendwie der Wurm drin. Jedes Mal, wenn ich dieses Video starte, passiert irgendwas, aber jetzt ziehe ich es durch. Trotzdem ein Booster mit da drin, weil ich entschuldige mich vielmals. Aber wenn euch interessiert, was jetzt in der zweiten Box enthalten ist, die ich bekomme, die Firma, die Brand ist ja noch ganz neu auf dem Markt. Die Boxen sind ja gerade erst vor zwei Monaten oder vor vier Monaten gestartet und insofern kann da nur viel Potenzial sein, was wir noch zusammen entdecken können. Bleibt dann gerne am Apparat, hätte ich fast gesagt, an der Kamera oder am Handy oder am Fernseher, wo auch immer ihr mir zuschaut. Ich würde mich riesig darüber freuen und natürlich würde ich mich auch noch mehr freuen, wenn ihr mir zusätzlich noch ein Abo dalassen würdet. Aber jetzt reden wir nicht lange drum rum, reißen dieses gute Stück auf. Ich habe schon mal so einen Schlitz hier so ein bisschen angerissen, damit es nicht allzu viel Pappgeräusche macht. Und wie gesagt, es ist ja schon der siebte Anlauf, den ich hier gerade starte. Und wir wollen den Karton einmal öffnen. Ich bin wirklich sehr, sehr interessiert daran, ob sie es diesmal geschafft haben, alle Produkte in die Box zu packen. Das war, glaube ich, letztes Mal nicht der Fall. Da haben sie auch welche hier nebenan packen müssen, weil da so viel drin war. Wir werden mal schauen. Ich habe jetzt hier als erstes einmal wieder so ein Flyer, Augen auf. Leider hatten dieses Mal noch nicht alle Produkte in die Box gepasst. Deswegen versteckt sich ein weiteres Produkt im Versandkarton. Also haben sie nicht geschafft, alles in die Box zu packen. Was uns ja freut, weil dann sind da sicherlich sehr, sehr, sehr große Dinge mit enthalten. Also groß ist ja gleich immer Steigerung der Spannung, finde ich jedenfalls. Alles, was groß ist, gefällt mir meistens am besten. So kleine Produkte, da habe ich immer das Gefühl, das ist ja dann doch nicht so toll, obwohl Kostmittelprodukte ja meistens dann viel hochpreisiger und auch viel spannender sind, wie ich finde, als so ein Shampoo oder so ein Duschgel. Aber wir wollen mal gucken. Natürlich haben wir auch dieses Mal wieder die Mainz Zeitschrift drin enthalten. Da gucken wir gleich nochmal rein. Ich bin jetzt gespannt, was das hier jetzt ist. Ja, da ist sowas Shampoo-artiges, Duschgel-artiges. Wollen wir mal gucken, was bist du denn? Meine Brille liegt hier schon parat und ich lese DAF Pflege Plus neu. Also das scheint ein Produkt zu sein, was es neu auf dem Markt gibt. Es ist mit Extrakt vom weißen Tee. Oh toll, sowas habe ich noch nie gehabt. Ich muss mir eh meinen Lippenstift noch ein bisschen hier aus den Ecken holen, weil ich habe gerade mit Brille gesehen, dass es ein wenig ausläuft. Das ist eine beglättende Bodylotion, also kein Duschgel. Verbessert die Hautelastizität nach bereits 24 Stunden für normale Haut, Pflegedue, Feuchtigkeit plus Tiefenpflege. Und Extrakt mit weißem Tee, wie gesagt, kenne ich gar nicht. Ich bin auch vom Geruch jetzt sehr, sehr gespannt, was das ist. Riecht ein bisschen fruchtig, süßlich, pudrig, so würde ich das beschreiben. Wir gucken mal, natürlich teste ich das. Ja, ist aber sehr, sehr zart und unauffällig im Duft, muss ich sagen. Das ist, glaube ich, etwas für Leute, die empfindlich sind, was Gerüche anlangt. Denn sehr, sehr unauffällig. Ja, es riecht tatsächlich diesen typischen Daff-Geruch, den man so kennt, beinhaltet er auch. Aber dass da jetzt irgendwas nach weißem Tee riecht oder teeartig oder kann ich mich entdecken? Nö, also da ist eher nur der zarte Daff-Geruch. Und auch nicht so stark wie normalerweise, finde ich. Und es ist auch richtig schön eingezogen, sodass ich mir das vorstellen kann, dass da die Kleidung dann auch nicht dran klebt. Also ich hasse es ja, Leute, wenn ich mich eingecremt habe und dann eine Strumpfhose anziehen muss. Also ich trage ja Kleider früher, ich habe es schon öfters erwähnt, habe ich jeden Tag Kleider getragen. Und wenn ich mich dann vorher eingecremt habe und so eine dicke Wollstrumpfhose im Winter anziehen wollte, das ist Qual. Hölle, wenn das klickt. Ich kann mir vorstellen, dass das diesmal, dass es mit diesem Produkt nicht der Fall ist. Ich jedenfalls finde das toll. Und ich habe auch gehört, dass der Wert dieser Box ungefähr 86, 87 Euro an Produkten beinhaltet. Wollen wir mal gucken, ob wir da so einigermaßen mit hinkommen mit dieser Preisvorstellung. Wie viel kostet denn das Magazin überhaupt? Das würde ich mich interessieren. Denkt mal so 2,50, 2,70 erinnere ich mich. 2,95, das ist die Zeitschrift 18. September 19, wo die erschienen ist. Sie beinhaltet meistens Food oder Berichte. Die Dame ist ja jetzt hier auch schon ein bisschen älter, die hier abgebildet ist. 67 steht drauf. Und ich denke auch mal, dass es sich genau um diese Altersgruppe handelt, die dort angesprochen wird. Frisuren sind da meistens drin. Ein paar gesundheitliche Tipps. Ein Dagmakoller zum 80. zum Beispiel wird hier darüber berichtet. Mode ist auch eine Frage. Und einige andere Dinge, über die wir jetzt nicht so ausführlich diskutieren wollen. Ja, ich denke für die Frau in der Mitte des Lebens, genauso wie es hier auch steht, in der Mitte des Lebens wird die Liebe schöner. Oder um solche Problemchen, glaube ich, handelt sich überhaupt auch die ganze Box und dreht sich die ganze Box für uns Frauen mit ein paar schönen Gesichtszügen, die sich ein wenig vertieft haben, würde ich mal sagen. Ja, wirklich sehr schön gemacht. Übersichtlich mit vielen Bildern, wie halt eine Beauty-Zeitschrift so aufgebaut ist. Und ausschließlich, würde ich sagen, für Frauen in der Mitte des Lebens. Ja, sehr schön. Soll ich das Thema Beziehung endgültig aufgeben? News, Katzensachen sind hier drin, Gesundheitsratgeber, Kochen, Garten. Also, perfekt. Ich mochte die letzte Zeitschrift schon sehr gerne. Und das war auch so die Zeitschrift, die ich am liebsten durchgeblättert habe. Von all den Dingen, die ich bisher in Boxen hatte. Da war ja auch die Brigitte-Box, die hatte ja einmal, die Brigitte-Zeitschrift war in einer Box. Ich meine, es wäre die Glossy-Box gewesen. Also mir gefällt, wie gesagt, am liebsten hat mir die Zeitschrift der Mainz-Box gefallen. Ja, aber jetzt kommen wir mal zu der angeblichen, oder angeblichen, zu der eigentlichen Box, wollte ich sagen. Die ist eh nicht aufgebaut, wenn nicht. Ne, genau gleich, die letzte, die liegt hier nämlich auch noch. Das ist ein rosa Design, hat hier das Logo abgebildet. Wie ihr seht, ja, sehr schlicht, aber doch in der Farbe der Frau, nämlich rosa. Ich würde mal behaupten, dass alle Mädchen diese Farbe gern nehmen. Genau, machen wir mal zusammen auf. Ich bin wirklich gespannt, was hier drin ist. Ich habe wirklich noch nicht ganz so viel davon gehört, was da enthalten ist. Deswegen steigt die Spannung gerade mit jedem Handgriff. Dieses Seidenband ist auch immer sehr, sehr schön. Da sind die Produkte aufgeführt, das habe ich inzwischen schon gelernt. Bei den Unboxings, die ich bisher so getätigt habe. Und riechen tut es so ein bisschen nach Kräuter. Kräuterrisch. So ein Kräuter-Suppt-Pomp. Oh, ich habe es nicht geschafft, den Kleber ohne, dass ich es verreiße, auseinanderzunehmen. Ist aber nicht so schön. Ich habe so viele Boxen zum Verschenken mit noch intaktem Seidenpapier. Das ist nicht so schlimm. Da sind immer so schöne Papierschnipsel mit drin, um das Produkt natürlich auch vor Schaden zu bewahren. Finde ich auch richtig gut, immer, dass das nicht so ein Plastikrahmen ist, sondern dass da eben Papier. enthalten ist. Und ich sehe hier schon richtig tolle Produkte. Und was mag da bloß so nach Kräuter riechen? Wahnsinn. Richtig lecker. Gucken wir mal, was das alles ist. Ich denke, ihr seid genauso gespannt wie ich. Wenn ich so da mal hinein gucke, sehe ich ein richtig ziemlich teures Produkt, nämlich dieses hier. Aber die Spannung soll ja erhalten bleiben. Deswegen greife ich einmal hinein. Und ich würde sagen, ich zeige euch das immer mal. Ich denke, das ist immer ganz lustig, auch so mit anzusehen. Nämlich mal das Schwerste wieder. Und das Größte vielleicht auch mit hier drin, außer diesem teuren Produkt, was mir da eben schon ins Gesicht gelacht hat. Das ist Salt House, totes Meer, voller Zauber, Milchschaumbad, Mandelöl und seidige Aromen. Ja, baden tue ich sehr ungerne, muss ich sagen. Was heißt ungerne? Mache ich einfach nicht. Wir haben eine Badewanne unten. Ich benutze die nie. Also ich war in dieser Wanne vielleicht zehnmal. Und wir leben hier seit, weiß ich nicht, seit so vielen Jahrzehnten. Ja, schon fast Jahrzehnten. Und ich habe die nur ganz selten benutzt, muss ich sagen. Es riecht tatsächlich ein bisschen nach Kräuter. Mandel, okay. Fruchtig, weich, sanft. Ich denke mal, dass das der Geruch ist, der auch aus dieser Box hervorströmt. Ja, gefällt mir gut. Ich werde entweder das Produkt verschenken, weil ich werde auch weiterhin meine Badewanne sicher nicht nutzen. Oder ich nehme es als Duschgel oder als vielleicht so ein bisschen Seifenersatz auch. Ich werde mal gucken, was ich damit mache. Stellen wir erstmal hier hin. Aber auch das auf jeden Fall. Der Duft ist wirklich herrlich. Also der ist mir immer noch in der Nase. Ja, sehr, sehr angenehm. Und das ist der Geruch, denke ich, der in der Box verströmt. Dann gehen wir mal zu einem nächsten, größeren Produkt. Auch das wird sicher was Shampoo-Duschgelartiges sein, denke ich mal. Was haben wir hier denn? Wir haben von TT Sept ein Produkt. Und zwar 04 Aromadusche. Kokoswasser, weißer Pfirsich, Timur, Pfeffer, Blaubeere, Jasmin. Created by Michael Sky. Wahnsinn. Ja, tolles Produkt, glaube ich. Zumindest die Aufmachung gefällt mir gut. Ja. Und riechen tut es wirklich nach Pfirsich. Und ich liebe eigentlich, ich liebe Seifen. Ich liebe alles, was mit Pfirsich so ein bisschen in Verbindung tritt. Duschgele. Es ist ein sehr, sehr angenehmer Geruch. Und mir verströmt kein Kokosduft oder ähnliches. Sondern einfach nur Pfirsich. Ja, ist gut. Gefällt mir auch richtig gut. Und ich könnte mir vorstellen, dass das Produkt um die 3, 4 Euro kostet. Das sind meistens die Preise bei T-T-Sept. Schauen wir mal weiter. Was ist das hier schönes? Das ist Euzerin Hyaluron Füller. Das ist auf jeden Fall etwas, was mir richtig gut gefallen könnte, wenn es funktioniert. Das ist für die Nacht eine etwas reichhaltigere Creme. Auf jeden Fall könnte ich mal so denken. Ist noch geschlossen. Werde ich auch geschlossen lassen. Weil ich nicht weiß, wann ich es verwenden soll. Aber eigentlich wollt ihr ja wissen, wie ich es finde. Also machen wir es auf. Komm, Leute, für euch. Ich reiße das Ding auf für euch. Dann muss ich da halt ran mit dem Testen sofort. Hilft dir alles nichts. Ja. Ist so ein bisschen cremefarbene Geschichte. Geschichte, keine weiße, sondern so eine Cremefarbe hat es. Und da wollen wir mal schnell mal gucken, wie mir die gefällt. Riecht eigentlich sehr dezent. Ist sehr reichhaltig. Das kann ich jetzt schon sagen. Ich glaube nicht, dass man das unter der Foundation gut anwenden kann. Also auf jeden Fall etwas für die Nacht. Steht ja auch drauf. Ich zweckentfremde das eigentlich auch gerne, dass ich es dann unter die Foundation gebe, wenn ich merke, dass ich meine Haut ein bisschen mehr brauche. Ja, ist wirklich sehr, sehr dezent. Ein bisschen Duft hat es, aber nicht viel. Und es ist mir tatsächlich gelungen, alles einzumassieren in meine Haut, auf meinen Handrücken. Und da kann man immer ganz gut sehen, weil Handrücken einer älteren Dame sehr, sehr faltig werden kann. Und auch da erkennt man ja immer sehr schnell das eigentliche Alter einer Frau. Also gar nicht mal am Gesicht, sondern am Handrücken. Da müsst ihr immer gucken, wenn ihr wissen wollt, wie alt die Frau ist, schaut auf den Handrücken. Das kann man dann immer ganz gut erkennen. Bei mir auch. Es ist sehr, sehr, ja, es ist schön. Es sind sehr, sehr feine Fältchen, die man hier sehen kann. Und das hat es gut geschafft, auch zu polstern. Also da kann man immer, wie gesagt, auf dem Handrücken immer sehr, sehr gut sehen, wie eine Pflegecreme wirkt. Und das hat sich ganz toll gemacht. Also meine Fältchen, das sieht man nicht. Also das macht mein Handy jetzt nicht mehr her. Also da übersteigere ich die Fähigkeiten meiner Kamera hier gerade. Aber ich glaube schon, dass man so ein bisschen erkennt, wie zart und glatt und ja, wie schön das geworden ist. Also ich glaube schon, dass man so ein bisschen in der Kamera erkennen kann. Nicht viel vielleicht, aber ich sehe den Unterschied. Auf jeden Fall, hier habe ich feine Fältchen auf dem Handrücken und hier sind sie, ja, ein bisschen weich gezeichnet. Glatt gebügelt wird es übertrieben, aber weich gezeichnet. Auf jeden Fall sehen sie richtig gepflegt aus und es fühlt sich auch wirklich schön an. Leute, jetzt sehe ich da etwas drin. Ich habe ein Geräusch gehört, aber ich glaube, das betrifft mich nicht. Ich sehe etwas da drin, da, ja, da scheue ich. Ich sehe mich etwas vor, ja, das ist ein Ingwer-Shot. Nun muss man wissen, Ingwer ist eine Geschichte, da bin ich immer vorsichtig. Ich habe große Gallensteine und Ingwer und Gallensteine verträgt sich laut Internet und den ganzen Foren, die ich dort durchgelesen habe, nicht so gut. Deswegen hoffe ich, dass ihr mir vergebt, wenn ich das nicht trinke. Man soll ihn kräftig schütteln. Es ist ein Berliner-Shot, Ingwer-Shot, Hand gemacht in Berlin, okay. Er enthält Ingwer, Apfel, Zitrone und Cayennepfeffer. Cayennepfeffer, also es ist angenehm scharf. Ja gut, ich kann scharf ab, das ist nicht das Ding, aber es ist halt sehr stark Ingwer-Lastig. Deswegen lasse ich das 100% naturtrüb. Erfrischungsgetränk aus Ingwer, Apfel und Zitronensaft, abgerundet mit Cayenn. Zutaten können wir uns mal angucken, wenn wir schon nicht probieren. Apfelsaft 45%, Ingwer-Saft 25%, Zitronensaft 10%, Wasser, Cayennepfeffer, Konservierungsstoffe, Natrium, Benzoat und Kalium-Sorbat. Vor Gebrauch gut schiften, das war es auch alles schon. Nach Anbruch kann man zwei Tage im Kühlschrank aufbewahren. Ja, Hand gemacht in Berlin. Da mal los. Geht an meine Jungs weiter, der eine ist eh gerade erkältet und dann passt das ganz gut, dass man eine Ingwer-Portion zu sich nimmt. Hier haben wir aber etwas nochmal aus dem Bereich, was man essen und da trinken kann. Das ist nämlich ein Mr. Tom Peanuts. Die Dinger schmecken immer richtig lecker, aber trotz alledem. Bevor das Video zu Ende geht, esse ich das vor live, hol auf eine Kamera und sag euch nochmal, wie schmeckt. Ich habe es lange nicht gegessen, muss ich euch sagen. Ich glaube, mich zu erinnern, dass ich das vor ein paar Jahren schon mal hatte, aber ich probiert hatte. Bin nicht ganz sicher, ob es jetzt wirklich auch diese Marke war, aber ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass es das war. Aber für uns, die jetzt alle hier vor der Kamera sitzen, ein bisschen Energie schadet nicht. Deswegen, damit wir es nicht in den Zähnen haben die ganze Zeit und ich euch mit schmatzenden Geräuschen nerven, werde ich das kurz vor Ende des Videos einmal probieren. Wir wollen jetzt aber erstmal weitermachen. Hier ist etwas, was so in meinem Mintgrün erscheint. In meinem, weil ich liebe Mintgrün. Ich trage es eigentlich viel zu selten. Ich mag diese zarte Farbe aus dieser Farbgruppe sehr gern. Kombiniere ich dann auch gerne kleidungsmäßig mit einem Dunkelgrün oder so. Also richtig schön und wie gesagt, trage ich viel zu selten. Dr. Grandel erkenne ich jetzt mit Brille. Timeless Sleeping Cream and Mask. Glättet, Regeneriert und Strafft. Ja, das dem Motto entsprechend dieser Box für uns ältere Leute ein ganz tolles Produkt bestimmt. Sleeping Cream and Mask stärkt während des Schlafs die Barrierefunktion und die Spannkraft der Haut. Ein Extrakt aus Buchenknospen regt die Zellerneuerung und damit die Regeneration an. Die besondere Cremetextur, die sich wie eine zweite Haut anfühlt, sorgt für geglättete Linien und ein jugendlich straffes Erwachen. Timeless, zeitlos, schön. Das sind 10 Milliliter Anteilen. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das eine Originalgröße ist. Könnte mal gucken, was wir hier in dem schlauen Büchlein stehen haben. Da stehen im Übrigen auch die Preise. Die könnten wir ja mal ganz kurz einmal dann durchgehen. Wo ist denn jetzt diese Maske, die mich eigentlich interessiert? Die ist, ja, zwei in einem Gesichtscreme und Nachtmaske. Ja, da steht im Grunde genommen das gleiche, was ich euch eben vorgelesen habe. 10 Milliliter kosten 13,40 Euro. Steht nicht, ob es ein Originalprodukt ist. Da aber jetzt hier 10 Milliliter auch enthalten sind, denke ich mal, es ist eine Originalgröße. 13,40 Euro. Das probieren wir jetzt auf jeden Fall auf meinem Handrücken einmal aus. Aber wir wollen uns hier erst noch mal die Preise durchgehen. Der Schott kostet mit 60 Millilitern 1,29 Euro. Und die Eucerin-Nachtcreme kostet mit 20 Milliliter 12 Euro. Da will ich mal eben gucken, ob das auch wirklich 20 Milliliter sind. Ja, 20 Milliliter, also kostet diese Euro 13, äh, 12 Euro. Ne, genau 12 Euro kostet dieses gute Stück. Die Duft Body Lotion kostet 2,99 Euro mit 250 Milliliter, die wir hier auch haben. Und dann hatten wir noch das TT-Zept-Duschgedöns mit 200 Milliliter 3,49 Euro. Das habe ich mir aber auch schon gedacht. Die TT-Zept-Preise kenne ich ganz gut. Und der Mr. Tom kostet 49 Cent mit 40 Gramm. Ja, ähm, das finde ich auch richtig günstig für so einen tollen Riegel. Den gibt es auch noch mal in einer anderen Variation. Da kann man nämlich noch, ähm, ich kann jetzt nicht genau erkennen, was da noch ist. Das ist noch eine andere Geschmack-Variation. Das sieht eher so nach, ähm, ja, nach, nach Mandeln oder so aus. Ein Zartschirm, die besten mit Karamell, geröstete Erdnisse und volle Power. Ja, was das andere jetzt ist, sehe ich leider nicht. Aber ist ja auch wurscht, könnt ihr ja mal testen, kostet ja nicht so viel. Lasst uns jetzt mal das ausprobieren. Und zwar wieder unserer goldenen Regel nach, ähm, auf der Handrückung. Das werde ich jetzt einmal für euch machen. Oh, ne? So. Sehr übersichtlich. Auf der anderen Hand. Einmal eine weiße Creme, die herauskommt. Und riecht ähnlich wie darf, muss ich sagen. Der Geruch ist ganz ähnlich. Und wir schmieren uns das hier auf den Handrücken manchmal schnell wieder zu, das Kostbauzeug. Und tue das mal wieder in die Box, damit wir hier nichts durcheinander schmeißen. Und ich immer weiß, was das alles ist, weil ich hier so viele Sachen liegen. Ja, das zieht richtig gut ein und auch richtig schnell. Und ich kann auch hier eine Aufpolsterung meiner feinen Handfältchen erkennen. Sieht auch hier weich gezeichnet aus. Natürlich sehr viel schneller eingezogen. Und das könnte ich mir sehr gut vorstellen unter der, äh, unter der Foundation. Ja, doch der Duft ist intensiver. Ist auch anders als darf. Entfaltet sich auf der Haut jetzt noch ein bisschen parfumartig. Aber nicht so stark. Sehr zart und wirklich mega weich. Richtig, richtig schön. Es fühlt sich wirklich sehr, sehr gepflegt an. Und jetzt sehe ich auch, dass die Linien hier noch feiner sind als mit dem anderen Produkt. Aber auch hier ist es mega weich und gepflegt, ne? Ja, also, ja, tolle Produkte. Bin ich mal gespannt, was da jetzt noch so rauskommt. Gehen wir mal da zu dem nächst kleineren Produkt. Äh, Anti-Blue-Light, Fair Organic Vegan, Fluid, Tonerde, Hyaluron. Da werde ich ganz besonders mal jetzt die Beschreibung durchlesen. Ähm, das ist Naturkosmetik Berlin, Fluid Equalize. Fluid Equalize versorgt zu Unreinheiten neigende und Mischhaut mit ausreichend Feuchtigkeit und mattiert mit grüner Tonerde. Feuchtigkeitsspend, ausgleichend, Porenverfeinernd für eine strahlende Sommerhaut. 30ml kosten 16,90 Euro. Und das sind 30ml. Ähm, war das nicht der Box mit den ganzen Originalprodukten? Ich meine ja. Also, wir gucken mal. Das werde ich jetzt mal ein bisschen hier auf meine Hand, ähm, auf meine, hier auf meinen Arm, auf meinen Unterarm aufpumpeln. Man muss ein bisschen pumpen. Ja, das ist so ein bisschen, ähm, ist so ein bisschen noch mehr Cremefarbe, eher sonst hellbraun-beige gehen, ne? Und riecht wieder anders. Ist wieder ein anderer Geruch und sehr ergiebig, wie ihr seht, ne? Da müsst ihr wirklich, äh, braucht ihr nur wirklich ganz, ganz wenig von. Seht mal, ich hab hier alles Vollprodukt. Ich hab viel zu viel aufgetragen. Und wir werden mal gucken, ob da eventuell irgendetwas Mattierendes zu sehen ist oder Porenverfeinerndes. Ich hab hier jetzt ja keine Poren, aber was so in die Richtung gehen könnte. Natürlich hat man da auch Poren, Leute, aber nicht so wie jetzt hier auf der Nase. Ihr wisst schon, was ich meine. Ja, auch das verfeinert. Sehe ich sofort. Wenn das mal nicht am besten wirkt von allen diesen drei Produkten. Also, natürlich, mein Arm hier ist nicht ganz so, ist nicht ganz so belastet, würde ich jetzt mal sagen, wie die Haut hier, wie die Hand, wie der Handrücken. Aber auch hier richtig schön, muss ich sagen. Es sieht sehr, sehr fein aus alles. Da könnte ich mir durchaus ein Porenverfeiner vorstellen. Mattiert auch. Es glänzt nicht so wie das andere. Sieht man in der Kamera nicht. Aber es mattiert tatsächlich schön. Ja, also auf das Produkt bin ich am meisten gespannt von diesen drei Pflegegeschichten jetzt hier. Riecht aber ein bisschen nach Kräutern. Das könnte auch der Geruch sein, der sich hier so ein bisschen mit vereinigt in der Box, wie sie herausströmt, geruchstechnisch gesehen. Okay, wir haben jetzt hier ein bisschen Staub. Kommt das von dem Papier wahrscheinlich, ne? M.A. Sam Resveratrol Premium. Und ich würde mal sagen, dass das so das Highlight der Box ist. Das sind nämlich Ampullen, die 40-tägig gehen. Also eine Ampullenkur für 14 Tage. Die M.A. Sam Resveratrol. Ne, Resveratrol. Doch Premium Ampullenkur. Pflegt ihre Haut intensiv mit wertvollen Inhaltsstoffen wie Resveratrol-Katholin. Ist ein bisschen klein geschrieben, Leute. Entschuldigt. Expression, Hyaluronsäure und Panthenol. Sie hilft den Anzeichen vorzeitiger Hautalterung entgegenzuwirken und enthält somit die jugendliche und frische Ausstrahlung ihres Hautbildes. Möchten wir jetzt aber trotzdem mal angucken, wie die Anwendung ist. Zuvor wird mich der Preis aber jetzt hier mal mega interessieren. Und ich habe den Preis immer noch nicht gefunden. Das kennt ihr ja. Ich bin da nicht ganz so schnell im Auffinden der ganzen Produkte. Leute, wieso steht das denn hier nicht jetzt? Kann man mal doch. Das war nur so eine einzelne Ampulle, die hier abgebildet ist. Kostet 14 mal 2 Milliliter. 29,75 Euro. Auf der WWW Asam Beauty kommt Seite bestellbar. Sichtbar frisches Hautbild. Ja. Parfüm-frei Ampullenkur. Sorgt für eine maximale Versorgung der Haut mit dem Power-Wirkstoff Resveratrol. Das hatte ich schon mal woanders gelesen. War das bei Judith Williams? Also irgendwo habe ich diesen Wirkstoff schon mal gesehen in einem anderen Produkt. Und weiteren potenten pflanzlichen Wirkstoffen. Nee Leute. Das Resveratrol war auch bei Asam Beauty. Ich habe mal ein Video drüber gemacht. Schaut euch das mal an. Da habe ich eine Produktreihe von denen getestet. Auch. Und erzähle euch da, wie ich das fand. Genau. Da könnt ihr gerne mal nachschauen. Sie ist die ultimative 2 Wochen Poweraufbaukur für gestresste, regenerativ bedürftige und vorzeitig gealterte Haut. Die Ampullenkur hat eine sofort sichtbare Haut glättende Wirkung. Das werden wir austesten. Dank der besonderen Formulierung sorgt sie für ein erholtes und frischbar sichtbares Hautbild nach nur 2 Wochen. Fast 30 Euro testen wir in einem extra Video aus, wenn ich dazu komme. Weil ich habe im Moment sehr viel um die Ohren. Aber da hätte ich Bock drauf, das mal in einem extra Video auszutesten, damit wir genau sehen können, ob das auch macht, was es verspricht. Werden wir auf jeden Fall machen. Ich werde aber zuvor einmal dieses... Ja, das kann man... Da ist nämlich so ein weißes Ding. Da kann man doch direkt mit dem Fingernagel schön rein. Warum mühe ich mich hier oben an? Weil ich wieder nicht richtig hingeguckt habe. Und dann gucke ich mir das mal an. Was kommt da raus? Bin wieder zu blöd wahrscheinlich. Schickt man das raus? Was macht man denn damit? Wieso kommt das nicht raus? Weiß ich auf, Leute. Ja, das sind dann halt solche... Ne? Solche Kuren. So sieht es aus. Wahrscheinlich kann man es aufmachen, ohne es kaputt zu machen. Ich denke mal auch, dass das wieder viel zu viel ist für einen. Für das Gesicht. Durch, dass man das gut auch wieder zwei Tage verwenden kann. Ich habe ja schon mal eine Ampulenkur hier mit euch ausgepackt. Und da hat man überhaupt gar kein Problem nehmen. Das habe ich auch live vor der Kamera getestet. Das zwei Tage zu verwenden. Ist mir jetzt aber zu schade, das hier in dem Unboxing-Video mit zu euch zu machen. Außerdem bin ich voll geschminkt. Da hat das ja gar keinen Zweck. Und hier bin ich jetzt auch schon richtig voll ja überall. Ich kann ja noch mal gucken, was mir jetzt so am besten gefällt. Also dieses hier ist total weg. Dieses von Dr. Grandel. Total eingezogen. Und hat nur noch eine pflegende Wirkung. Hier ist die Nachtcreme von Eucerin auch völlig weg. Und es ist samtig weich. Und hier habe ich tatsächlich noch so ein bisschen klebriges Gefühl. Gut, das haben wir zuletzt gemacht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man da, dass das auch so ein bisschen so ein Haft-Effekt bei der Foundation mit macht. Das ist immer gar nicht schlecht. Aber das backt noch. Das backt noch. Dafür gefällt mir das hier am besten, wenn ich sagen würde, was hat am meisten mit meiner Haut jetzt hier gemacht. Das wäre jetzt der Hit, wenn ich sage, da habe ich tolles Ergebnis erzielt. Und ich würde glatt sagen, mal gucken mit Brille, dass die beiden sich nicht viel tun. Doch, das ist noch besser. Dr. Grandel hat noch schöner glatt gemacht. Und als letztes kommt dann die Eucerin-Salbe. Aber auch die Salbe, die Creme. Gefällt mir aber auch sehr, 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 sehr gut. Das war's. Leider. Wir haben alles ausgepackt. Ihr seht, ich belüge euch nichts mehr drin. Und ich fühle mich ganz traurig. Ihr kennt das ja, wenn die Box ausgepackt und fertig ist. Und da keine Überraschungen mehr drin sind, sich befinden. Mir hat das wirklich richtig gut gefallen. Vor allen Dingen für uns ältere Häutchen war ganz viel diesmal dabei. Drei tolle Produkte auch. Und diese auch, oder vier, die auch relativ hochpreisig sind. Und auf jeden Fall. Allein dieses Ding kostet fast 30 Euro. Und da habt ihr dann schon, ähm, da habt ihr die Box mit raus, ne? Also allein mit diesen Ampullen von, ähm, Asam. Also wirklich eine tolle Box. Und ich finde, die haben sich noch gesteigert zur letzten. Also die ist noch viel, viel besser hier. Produkte, die mir noch viel besser gefallen als die erste Box, ähm, als die, ja, als die erste Box, ähm, die ich bekommen habe. Ähm, wirklich toll. Und das sind auf jeden Fall Produkte, die ich jetzt benutzen werde. Die werden meine Abendroutine, ähm, jetzt bestimmen in den nächsten Tagen. Und dann sage ich euch, dass ich nicht vergesse, wie ich die Produkte fand. Auf jeden Fall spätestens in einem Review, wenn alles aufgebraucht ist. Ja, nun diese Sachen hier, muss ich nochmal überlegen, was ich damit mache. Ich habe wirklich so viel Creme und so viel, äh, Pflegesachen. Ob ich das weiter verschenke oder selber benutze, das weiß ich noch nicht. Ähm, ähm, da werde ich euch eventuell in meinen Vlogs dann auch, ähm, drüber aufklären. Aber ich schulde euch noch den Mr. Tom, den kann ich jetzt nicht bei der Kamera ganz aufessen. Aber wir probieren einmal, ähm, ob ich mich an den Geschmack erinnern kann. Ähm, da bin ich nämlich gerade nicht mehr ganz so, ähm, ähm, äh, in Erinnerung, ob mir das jetzt, ähm, wie das war. Aber ich glaube, das war richtig lecker mit, mit Karamell und so. Ich hoffe, das knirscht nicht. Ich hasse ja nichts mehr. Ja, als wenn jemand neben mir diese Geräusche macht beim Essen. Hm. Hm. Richtig lecker. Möglich. Schmeckt auch genauso, wie ich es in Erinnerung habe und wie ich meine, dass ich das mal gegessen habe. Karamell, Erdnuss und wirklich sehr, sehr lecker. Werden die auf jeden Fall jetzt aufessen. Off-camera natürlich. Entschuldigt bitte mit offenem Mund, aber ich muss ja testen und wenn ich erst runterschlucke, weil es ziemlich hart und aber trotzdem nicht so hart. Aber, ihr entschuldigt das hoffentlich. Ja, sehr lecker. Meine Zähne sind auch nicht die besten, wie ihr wisst. Ich habe ja, kann ich mal drüber erzählen, auch hier überall Brücken und, ne? Und so harte Dinge ist die Wurstmama nicht mehr ganz so schnell wie früher. Ja, mein Lieben. Mit vollem Mund verabschiede ich mich jetzt von euch. Und bitte nochmals um Entschuldigung, weil das Video wird jetzt einfach zu lang, bis ich das verkaut und runtergeschluckt habe. Aber die Box ist ja auch für ältere Damen und dann müsst ihr mir verzeihen, dass das alles auch ein bisschen länger dauert. Ja, aber ich habe einigermaßen geschluckt und kann mich jetzt ziemlich zivilisiert von euch verabschieden. Ich bedanke mich wirklich richtig, dass ihr bis zum Schluss dabei gewesen seid. Würde mich freuen, wenn ihr irgendwann mal wieder einschalten würdet. Und möchte euch einen schönen guten Tag, einen schönen guten Abend wünschen, wenn ihr mir immer zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!